Jetzt in Ipsitz beim Goldenen Hirschen. Ein Fan-Frühshoppen mit Marc Pircher und seinen Gästen. Ein Oktoberfest am Staatsfeiertag bei freiem Eintritt. Egal wie du kommst, egal woher du kommst, es wird auf jeden Fall ein zünftiges Fest beim Goldenen Hirschen. Marc Pircher hat sich dazu illustre Gäste eingeladen. Die Garflinzer Schuhblatter-Mentscher, die Garflinzer Plattler und den Staatsmeister Michael Sattler. Erstmals wird es auch ein Volksmusik-Karaoke geben mit tollen Preisen. Marc Pircher wartet auf euch. Am Staatsfeiertag beim Goldenen Hirschen, das Oktoberfest ab 11 Uhr. Und der Eintritt ist für alle frei.